habe ich wieder ein zitterback oder bin ich dieses mal verschont da oben steht das auto effekte sind noch leise deswegen hört man jetzt kein getrampel die räder sind im boden versunken okay tank ist voll wie zu erwarten maschine an erste gang und zitterback gut dann also das bekannte stil wagen wackelt reifen habe ich in der hand und ausloggen 30 sekunden warten dann sollte er wieder fahren 30 sekunden sind um mal sehen jetzt sollte es eigentlich wieder funktionieren ok wir haben schon gesehen der wagen rutscht etwas das heißt also ich kann jetzt auch fahren wie sich das gehört jawohl was ich mir gedacht habe